Moin Leute, eigentlich würde ich euch echt gerne jetzt hier bei mir im Truck begrüßen und mit euch trainieren. Aber aufgrund der aktuellen Situation mussten auch wir uns einiges einfallen lassen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit mit mir funktionelle Wirbelsäulengymnastik online zu machen. Das bedeutet, ich stelle euch die Kurse online zur Verfügung. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet, damit wir dann live zusammen uns bewegen können. Mit den Oberschenkel bringen, Fußspitzen wieder ranziehen und langsam wieder mit geraden, aufrechten Oberkörper nach vorne leihen.